Hallo meine Lieben und herzlich willkommen im Rich Headroom. Es ist eine Zeit her, dass ihr was von mir gehört habt. Ich war in der Sommerpause. Sommerpause. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen vor lauter Sommerpause. Aber es ist jetzt September, es ist schon wieder relativ kühl und jetzt geht es wieder auf Vollgas weiter mit den Themen, die ich für euch vorbereitet habe. Und wir nähern uns jetzt mal Waldbaden 2. Waldbaden, ich habe schon eine Folge rausgeschmissen zu der Thematik, ist mir ja persönlich ein ganz wichtiges Thema. Ich liebe den Wald. Es ist der Ort, wo ich meine Freizeit verbringe, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne hingehe. Und ja, natürlich hat das dann auch Sinn, wenn ich euch ein bisschen mehr davon erzähle und euch erzähle, was so Studien zum Thema Waldbaden sagen. Denn Waldbaden soll nämlich laut Magazinen und YouTube-Channels und so weiter Stress mindern. Und das ist natürlich ein heißes Thema. Weil Stress, würde ich einmal sagen, ist für uns jetzt so die Hauptproblematik in unserer Gesellschaft. Es ist jetzt egal, ob es Arbeitsstress ist, ob es Sportstress ist oder Familienbusiness ist oder ein Traumata oder was auch immer. Oder einfach so der im Alltag von uns selbst verursachte Stress, wenn wir uns selber Druck machen, warum auch immer. Stress ist so eigentlich die größte Problematik, die unsere Gesellschaft hat. Denn auf der Basis von Stress können überhaupt Krankheiten und Depressionen, Unzufriedenheiten und so weiter entstehen. Und das ist etwas, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige, denn auch ich erleide im Alltag natürlich Stress. Und ich möchte den so niedrig wie möglich halten. Ich möchte für meine persönliche Gesundheit den Stress niedrig halten. Aber wir werden uns heute auf jeden Fall noch darüber unterhalten, was Stress überhaupt ist. Was es bedeutet, guten Stress oder positiven oder gesunden Stress zu vernehmen. Und wie die Reaktion des Körpers auf Stress ist und weiteres, was Waldbaden hier tun kann. Bevor wir loslegen, klick mal hier auf Like oder abonnier den Kanal. Das wäre ganz, ganz, ganz wichtig, um diesem Projekt hier ein bisschen Fahrt zu geben, dass ich hier mit dem Kanal richtig durchstarten kann. Und das Zweite ist, schau mal auf www.bioking.at www.bioking.at ist mein Partner, mein Sponsor für diesen Kanal, für den Rich Headroom. Und Bioking macht es möglich, dass ich das hier für euch kostenlos machen kann. Die ganze Recherche, da geht irrsinnig viel Zeit drauf, dass ich diese ganzen Informationen rausfinde. Allein für Waldbaden gibt es 8 Blogbeiträge und 8 Podcasts. Das ist irre viel. Das sind über 50 Seiten, da könnte man ein Buch drüber schreiben. Und Bioking ist mein Partner, der das Ganze finanziert, dass es möglich ist, dass das weiterhin kostenlos bleibt. Großes Dankeschön an Bioking. Schaut auf die Webseite, checkt euch dort von Vitamin D bis zu Safran für besseren Schlaf, bis zu Entzündungshemmen, Kurkuma und auch Frühstückscerealien, alles was ihr so braucht für den Alltag. Mit Richard15 gibt es dann auch noch 15% auf eure Bestellung. Leute, ich wünsche euch einfach viel Spaß bei dieser Episode. Okay Friends, was ist denn eigentlich Stress? Oder wie nehmen wir das Ganze eigentlich wahr? Also wir kennen Stress von der Arbeit unter der Woche, Montag bis Freitag wird gehuzzelt. Da haben wir es stressig. Das spüren wir auch. Manche fahren dann runter am Wochenende, manche nicht. Manche haben ihr Handy die ganze Zeit dabei und beantworten Firmen-E-Mails und Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten vom Chef und von Mitarbeitern und von Kollegen und von Kunden und so weiter. Oder machen sich selbst Stress mit Social Media und Co. Das Smartphone hat es möglich gemacht, dass wir 24-7, wenn wir wollen, gestresst werden oder uns stressen lassen. Okay. Das ist eine Sache, über die kannst du mal nachdenken. Ich habe für mich darüber nachgedacht und habe mir einen Schlussstrich gezogen. Das heißt, auch wenn ich selbst in Social Media präsent bin, heißt das nicht, dass ich 24-7 erreichbar sein muss. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag 20 Storys posten muss und so weiter. Ich versuche mir selbst einen gesünderen Umgang mit der Thematik anzutrainieren. Denn wir können den heutigen Stress mit dem früheren, mit dem damaligen Stress überhaupt nicht vergleichen. Weder arbeitstechnisch, das heißt, wie ging es in einem Büro zu vor 20 Jahren und ich arbeite seit ich 15 bin, das heißt, ich weiß, wie das war. Das war deutlich chilliger. Und wie war es vor einer Million Jahren? Was war da der Stress? Der Säbelzahntäger, der hinter uns gestanden ist oder hoffentlich vor. Und wir haben ihn gesehen und konnten die Flucht ergreifen. Das war eine kurze, intensive Episode des Stresses. Aber heute haben wir die ganze Zeit Stress. Es ist eigentlich, für manche Leute hört das gar nicht auf. Und jetzt einmal die große Frage, wo kommt denn das überhaupt her, diese Ansicht, diese Idee über Stress? Stress ist eigentlich ein Wort, das kommt aus der Mechanik und heißt dort nichts anderes als, dass sich etwas durch eine Belastung strukturell deformiert. Das heißt, es kommt zu einer Veränderung. Wie auch immer, unter der Last einer Maschine verformt sich ein Stück Eisen, was auch immer. Und dasselbe passiert im Körper. Das heißt, durch Stress, durch einen äußeren oder inneren Stress, von innen heißt, den ich mir selber mache oder der auf einer zellulären Ebene passiert oder auf Basis von Emotionen und Empfindungen und dergleichen, kommt es zu einer Veränderung im Körper oder am Körper, weil die Kamera könnte ja auch jetzt die Haut beispielsweise sein. Nur diese Thematik ist natürlich vollkommen individuell. Aber es kommt zu, nehmen wir diese zwei Wörter, die ich vorher gesagt habe, zu einer strukturellen Deformation. Es verändert sich etwas, wie auch immer es sich verändert. Es ist vollkommen individuell. Jeder Mensch reagiert ganz anders auf Stress. Man kann schon da ein bisschen was verallgemeinern, was so Stressantworten sind. Und es gibt da den wissenschaftlichen Begriff der allostatischen Last. Und das kann man jetzt so vereinfacht übersetzen in, das ist die Antwort im Körper oder die Antwort meines Körpers. Das kann zum Beispiel sein durch Hormone. Das ist klar, das wissen wir. Es gibt Stresshormone, das ist klar. Das kann sein, das passiert durch einen Umwelteinfluss, durch einen Streit, durch einen Sturz, dass wir die Stresshormone hochfahren. Das ist eine Antwort meines Körpers auf eine externe Belastung zum Beispiel. Eigentlich ganz gut, das heißt, unser Körper hat so Mechanismen, wie er auf stressige Situationen reagiert. Die einzige Problematik, die wir hier haben, ist natürlich die Überlastung. Das heißt, too much stress. Too much stress, dass man das auch noch richtig ausspricht. Das heißt, zu viel. Das heißt, zu intensiv. Das heißt, keine Pausen. Das gilt auch für die Sportler da draußen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir reden hier nicht von Leuten, die arbeiten im Büro, also im Management, als Ärztin oder als Pilot oder was auch immer. Das gilt natürlich auch für Sportler und Sportlerinnen. Das heißt, Training ist auch Stress. Und durch das Training werden wir stärker. Das ist vollkommen korrekt. Das ist die Superkompensation. Aber die Geschichte ist die, wenn ich mir die Ruhe nicht nehme, das heißt Restdays, Urlaub mache, Deload Weeks mache und so weiter, dann geht die Leistung langfristig in den Keller. So, was sind jetzt aber so die Langzeitproblematiken von Stress? Also das eine ist, es kann sich körperlich auswirken, kann sich aber genauso auch seelisch auswirken und kann sich genauso auch geistig auswirken. Es gibt gute Studienbelege dazu, die zeigen, wie es sich körperlich auswirkt. Auf der einen Seite kann man sagen, die Haut ist der Spiegel der Seele. Das ist zum Beispiel eine Anekdote von meiner Großmutter, dass man sagt, okay, Hautausschlag, was ist denn los? Du hast dann Stress, Juckreiz, Kids vor den Prüfungen und sowas, vor dem Studienabschluss und sowas. Passiert alle Male. Verdauungsstörungen entstehen. Aber die Studien zeigen auch, dass es gravierend durch chronischen Stress und durch intensiven, langanhaltenden Stress viel schlimmer werden kann. Das heißt, Schädigung im Herz-Kreislauf-Bereich, Schlaganfall, Burnout, Depression, Angststörungen. Sogar der Verlauf einer Diabetes-Erkrankung kann durch Stress verschlechtert oder verschlimmert werden. Das ist durch Studien belegt, Freunde. Und die Geschichte ist halt die. Die Antwort der Medizin ist ein Medikament. Fürs Burnout gibt es ein Medikament. Für die Depression gibt es ein Medikament. Für Diabetes gibt es ein Medikament. Die Problematik ist, dass das den Stress weiter erhöht. Und warum ist das so? Warum wird der Stress weiter erhöht durch Medikamente? Weil die Medikamente auch gleichzeitig einen Mikronährstoffraub in unserem Körper machen. Das heißt, dass ein Beta-Blocker funktioniert. Dass ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer funktioniert. Dass ein Blutdruckmittel jeglicher Art funktioniert. Braucht es Mikronährstoffe. Das heißt Magnesium, B-Vitamine, Q10, Zink und so weiter. Selen. Die Sachen, die wirklich essentiell sind, um dein System am Laufen zu halten. Um dir Power und Energie zu geben. Dass deine Mitochondrien feuern können. Und ATP, also Energie, produzieren können. Die fressen das einfach. Der Beta-Blocker frisst Magnesium. Das braucht aber dein Herz, um anständig schlagen zu können. Und Mitochondrial-ATP produzieren zu können. Und wir wissen ja, dass unser Herz zu über einem Drittel aus Mitochondrien besteht. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Über ein Drittel unseres Herzens sind Mitochondrien. Und 10% deines Körpers sind Mitochondrien. Das heißt Medikament rein, Mikronährstoff geraubt. Das System funktioniert noch schlechter. Die Stressantwort wird noch schlimmer. Okay. Jetzt ist jetzt die Frage, ob Waldbaden hier die Antwort ist. Jetzt habe ich das so ein bisschen skizziert, was ich sage, was jetzt so Stress ist. Wie definieren wir Stress? Und wo kommt er her? Was kann er verursachen? Okay. Das sind so unsere Bs unseres Gespräches heute, würde ich mal sagen. Und jetzt ist die große Frage natürlich, wie funktioniert Stress im Körper? Gehen wir ganz kurz durch, nur ganz kurz. Und dann schauen wir uns an, wie messe ich überhaupt Stress. Ich glaube, das ist viel spannender. Aber wie funktioniert Stress überhaupt in unserem Körper? Wie wird er ausgelöst? Wenn irgendwas da draußen passiert, was passiert in mir? Wenn ich das besser verstehe, dann kann meine Reaktion beim nächsten Mal eine andere sein. Darum will ich dir das erzählen. Und da solltest du auch wissen, wir haben das sogenannte autonome Nervensystem in unserem Körper. Autonomes Nervensystem. Das ist in zwei Teile geteilt. Das ist auf der einen Seite der Parasympathikus und auf der anderen der Sympathikus. Sympathikus klingt zwar sehr sympathisch, klingt nice, hat aber seine Schattenseiten. Er ist wichtig und wir brauchen ihn in den Sympathikus. Er ist nämlich zuständig für Fight and Flight. Kampf oder Flucht. Das heißt, du bist in einer Stresssituation. Der Säbelzahntiger steht vor dir und du hast jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, kämpfe ich oder laufe ich einfach weg und bringe mich in Sicherheit. Beim Säbelzahntiger, ja weiß ich nicht, ich glaube, ich würde wahrscheinlich eher laufen, außer so ein kleiner. Wenn der Chef vor mir steht und die Zahlen haben will und nicht zufrieden ist mit den Zahlen und mich zur Sau macht, dann ist die Frage, was ich in dieser Situation mache. Das ist natürlich ein sehr altes biochemisches Muster, das wir da haben. Aber der Säbelzahntiger und der Chef, da ist nicht viel Unterschied. Oder ein großer Stressor. Soldaten im Irakkrieg, die laufen zu einem großen Teil in der Gefahrensituation natürlich auf dem sympathischen Nervensystem. Die sind vollkommen gestresst. Extern, intern, bis in die Zelle hinein. Das ist ein Thema natürlich. Weil die nehmen das dann auch mit nach Hause wieder, wenn sie zurückgehen aus dem Auslandseinsatz. Und auf der anderen Seite haben wir die sogenannte Bremse. Der Sympathikus ist das Gas und der Parasympathikus ist die Bremse. Und der Parasympathikus macht folgendes, der bringt uns wieder zur Ruhe und macht es möglich, dass unser Körper Dinge tut, die unter Stress nicht machen kann. Das ist zum Beispiel die Verdauung. Und deswegen heißt dieses System auch Rest and Digest. Das heißt Erholung und Verdauung. Wer super gestresst ist, kennt das. Der kann dann tagelang nicht auf den Topf gehen. Und ich kenne das eine Studentin, die mich mal besucht hat, die kurz vor der Prüfung stand und sich Verdauungsbeschleunigende Medikamente zuführen musste. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, um Gottes Willen. Egal. Und als ich sie gefragt habe, warum sie das macht, sagt sie, sie ist so gestresst, sie war seit drei Tagen nicht auf der Toilette. Das geht nicht mehr. Das ist ein Laufen auf dem Sympathikus. Und das ist nur eine Prüfung, unter Anführungszeichen. Es ist nur eine Prüfung, es ist kein Säbelzahn-Digger. Aber das System ist dasselbe. Wir brauchen aber beide. Es braucht eine Balance. 50-50, 40-60 in etwa. Vielleicht sogar eher zum sympathischen Nervensystem. Wir wollen aktiv sein, wir wollen Performance, wir wollen Power, wir wollen Gas geben im Alltag. Alles gut. Go for it. Das heißt Sympathikus brauchen wir auf jeden Fall. Und der wichtigste Mediator hier in diesem Zusammenspiel ist der sogenannte Vagus Nerve. Und der macht, was lustiger ist, der sagt dann zum Beispiel, wo geht denn jetzt das Blut hin? Das heißt, er ist zuständig für die sogenannte Blutumverteilung. Der sagt dann, gut, das ist eine stressige Situation, wir schieben jetzt das Blut da rüber in die Muskulatur. Wir schieben da jetzt Zucker rein, dass die gestresste Person sich bewegen kann, dass die gestresste Person Gas geben kann. Vielleicht ist es ja ein Wettkampf. Vielleicht muss ich weglaufen vor der Gefahrensituation, vor einem Feuer oder was auch immer. Da macht das natürlich Sinn. Oder er sagt, nee, alles cool hier, alles gechillt. Die Person liegt herum, macht nichts. Wir schieben jetzt mal das Blut rüber in den Verdauungsapparat, weil da gab es jetzt auch gerade Schweinsbraten. Und jetzt brauchen wir das Blut dort. Ihr könnt euch das mal anschauen, wenn ihr in Google eingebt, Sympathikus, Parasympathikus. Und da gibt es so Schaubilder, die euch zeigen, was passiert beim Parasympathikus, was passiert beim Sympathikus, wenn der aktiv ist. Das heißt zum Beispiel, die Produktion welcher biochemischen Stoffe, was macht denn mein Blickfeld, was macht meine Atmung. Das ist richtig spannend, schaut euch das mal an. Vielleicht mache ich da noch einen extra Beitrag dazu. Gut, aber ein gesundes, autonomes Nervensystem, das ist, was ich gerade beschrieben habe, kann mit jeder Umweltanforderung umgehen. Und wenn sie das nicht kann, dann stimmt an meinem Lifestyle etwas nicht. Da passt irgendwas nicht. Nehmen wir einmal kurz noch am Ende eine Gefahrensituation, spielen wir uns irgendwas zusammen und unser Gehirn will immer auf Nummer sicher gehen. Das will immer safe sein, das will immer den Körper, den Geist, das Hirn, sich selbst und so weiter retten und möchte ohne Schaden durch alle Situationen gehen. Das heißt, das geht immer auf Nummer sicher. Sagen wir zum Beispiel vor, wir gehen jetzt hier so im Wald und dann sehen wir vor uns etwas Längliches am Boden liegen. Die erste Reaktion, wir über die Augen, ist, uh, ja, Schlange. Und das Sympathikus wird aktiv und sagt, uh, Schlange, Gefahr, gebissen werden, Gift bedeutet Tod, vielleicht. Okay, wollen wir nicht. Wir machen einen Schritt zurück, die Augen fokussieren sich auf den Gegenstand, werden scharf, das Blickfeld rund um Atom ist irrelevant mittlerweile. Blut geht in die Muskulatur hinein, uns wird heiß, wir spüren das richtig. Wir sind vollkommen fokussiert auf die Gefahrensituation. Bis wir kennen, dass es ein Stock ist. Okay, erkannt, dass es ein Stock ist, der Herzschlag geht wieder runter, wir entspannen uns wieder, die Atmung entspannt sich wieder und wir merken, okay, hat uns kurz aufgeregt, aber keine Gefahr. Abspeichern bitte. Entwarnung. Aber unser moderner Alltag, der bringt diese Überreizungen permanent. Wenn du im Büroalltag unterwegs bist und die ganze Zeit nur Schlangen siehst und Stresssituationen hast, dann ist das einfach biochemisch ungesund, um es auf den Punkt zu bringen. Wenn du nicht mehr weißt, wo deine Bremse ist, dann hast du ein Problem. Wenn du nicht mehr weißt, wie du den Sympathikus aktivierst, dann hast du ein Problem. Oder es kann zu einem Problem kommen. Siehe, Zellburnout, richtiges Burnout. Also da ist ja für mich der Unterschied, einfach leer und müde zu sein und das andere ist wirklich eine klinisch diagnostizierte Erkrankung, was sehr tiefgründig ist oder eine Depression oder dergleichen. Es kommt auf die Persönlichkeit an, was mit mir passiert, wenn ich dauerhaft chronischem Stress ausgesetzt bin. Jetzt kommen wir aber zum Stressmessen. Wie funktioniert das? Stressmessen, ich gebe dir jetzt drei Beispiele, wie du deinen Stress messen kannst. Also drei Wege. Der erste ist über die Biochemie. Wenn ich Stress habe, schießt mein Cortisol hoch. Das ist ein Hormon, das ich im Blutkreislauf nachweisen kann, das von der Nebennierenrinde produziert wird und grundsätzlich auch sehr wichtig ist. Das heißt, null Cortisol wäre tot. Das ist ein wichtiger Baustein in unseres Systems. Ist auch der Baustein, der uns in der Früh aufweckt. Das heißt, wenn Leute ein Cortisolproblem haben, durch Langzeit viel Stress und dann kein Cortisol mehr produzieren können, die kommen auch nicht in die Gänge in der Früh. Da ist dann so aufwachen, acht Stunden geschlafen, noch immer müde, kann ich da aus dem Bett kommen. Ja, also ganz wichtig. Wir haben auch noch im Alltag so immer so Bursts, nennt sich das, das heißt, dass ein Cortisol eingeschossen wird im Laufe des Tages, so in einem Stundenrhythmus. Aber wenn jetzt der Säbelzahntiger kommt oder der Chef im Büro die Zahlen haben will, dann kommt es zu einer stärkeren Ausschüttung. Das ist auch das, was wir spüren. Das ist wie die Schlange im Wald oder der Stock im Wald. Ich kann das messen. Ich kann das im Blut messen. Ich kann das im Speichel messen. Ob das sinnvoll ist, ich sage mal, ein ganz klares Jein von meiner Seite zu der Thematik, denn das eine ist, Blut messen. Stell es dir vor einmal, du gehst jetzt ins Labor und du weißt, da wird jetzt eine Nadel reingeschossen. Der Typ sagt dann so, entspannen Sie sich. Und du bist eh schon so, wow, ich bin hier, um mein Cortisol zu messen. Ich bin alles andere entspannt und jetzt haust du mir noch eine Nadel rein hier. Ja, also wenn da der Cortisol-Spiegel nicht auch ein bisschen mit Leidenschaft gezogen wird und ansteigt, dann frage ich mich. Das heißt, Blut lassen wir mal aus. Will ich nicht machen. Speichelprofil, das ist schon besser. Es gibt Labs, die machen so Speichelprofile, das heißt, die machen ein Profil, wo du so 8-10 Mal am Tag eine Speichelprobe in ein Röhrchen haust. Dann schickst du das ganze Ding ein und kriegst so ein Profil von in der Früh bis am Abend zum Schlafen gehen. Das macht viel mehr Sinn. Das würde schon eher Sinn machen. Kannst du mal darüber nachdenken. Ich bin kein Riesenfan davon, weil wir ja tatsächlich diese natürlichen Bursts im Alltag auch haben. Könnte sein, dass ich meine Speichelprobe genau zu diesem Zeitpunkt dann abgebe. Also immer mit Vorsicht sowas genießen, ganz wichtig. Weg Nummer 2 ist Herzratenvariabilität. Da gibt es super Apps. Es gibt Variables von Whoop und von Garmin und von Apple und wie sie alle heißen und sowas. Und wir wissen ja, ich habe einmal einen Podcast gemacht über Kalorienverbrauch, dass diese Variables alle vollkommen ungeeignet sind dafür, dass es keiner eine gescheite Software hat, um das wirklich zu messen. Bei HRV ist es schon viel besser. Ich selbst verwende eine App, die heißt HRV4Training. Die kostet 10 Euro oder sowas. Noch. Die werden teurer, habe ich gehört. Die ladet ihr mal runter. Die ist cool. Die läuft übers Handy, über die Kamera hinten. Da hast du ein Finger drauf. Und der misst dann eins. Die Abstände, das ist jetzt ganz einfach gesagt, die Abstände zwischen deinen Herzschlägen. Nicht dein Herzschlag selbst. Der ist mir nicht so wichtig in dem Fall. Sondern die Abstände zwischen den Herzschlägen. Um deine Herzratenvariabilität zu messen. Das heißt, wie variabel ist dein Herzschlag? Wie gut ist die Reaktion deines Herz-Kreislauf-Systems auf deinen Lebensalltag, auf deinen Stress und auf deine... Das ist auch gleichzeitig eine sehr gute Aussage über deinen Gesundheitsstatus. Der ist natürlich ganz stark abhängig von einem gesunden Herz-Kreislauf-System. Das heißt, eine HRV-Messung, eine sogenannte Herzratenvariabilität, ist für mich einer der wichtigsten Tools, insbesondere im Sport, um Stress zu messen. Aber auch bei Managern, die sagen, boah, ist das Wahnsinn, momentan ist das Wahnsinn, seit Jahren Wahnsinn. Dann sage ich, machen wir das mal. Messen wir jetzt mal zwei Wochen jeden Tag ein HRV-Messung. Und dann, wenn die Leute da sehen, dass sie da echt ein Thema haben, dann ist die Frage, dann ist die Chance viel größer natürlich, dass sie was tun und hier etwas einleiten. Und da sind die Studienbelege zu HRV mittlerweile so gut, dass es für mich ein sehr einfaches, sehr wissenschaftlich fundiertes, gutes System ist, um Stress messbar zu machen. Oder Übertraining, Training im Allgemeinen, Übertraining abzuwenden und so weiter. Coole Sache. Abschließend dazu, das Herz ist kein Metronom. Also wer stolz darauf ist, dass sein Herz punktgenau schlägt, das ist gar nicht das Ziel. Variation oder Variabilität in dem Fall ist keine unwichtige Sache. Und diese Studien zeigen auch, das steht ganz stark, wenn die Herzvariabilität niedrig ist, also schlecht, wenn ich das mal so sagen darf. Das steht ganz stark in der Verbindung mit der allgemeinen Sterblichkeit, mit mentalen Erkrankungen, sogar mit Lungenerkrankungen wie Asthma, wie COPD, steht in der Verbindung mit Verdauungsstörungen und Verdauungserkrankungen und so weiter. Also wirklich ein heißes Thema. Eine hohe HRV zeigt hingegen hohe kognitive Leistung bei den Personen, die man misst. Eine sehr gute Emotionsregulation. Das ist klasse. Sehr gute Emotionsregulation, das ist eine passende Antwort auf die Situation. Nicht verbal, sondern auch physisch. Okay, cool. Ist nicht so schlimm. Die Situation machen wir. Lösen wir das Problem. Eine gute Verhaltenskontrolle kann man auch sagen. Im Alter wird das immer schwerer und immer schlimmer und deswegen ist es schön, das auch zu beobachten mit einer Software. Und kann man cool daheim machen. Und der dritte Weg ist, den ich dir vorschlagen würde, neben HRV und dem Labor. Das sind jetzt zwei technische Sachen, wo man Geld investiert und so. Selbstreflexion. Was ist denn jetzt passiert? Warum bin ich gestresst? Fühle ich mich überhaupt gestresst? War es früher anders? Nehme ich mir Zeit für mich selbst? Setze ich mich mal hin und mache nichts? Lasse ich die U-Bahn mal durchfahren und pfeife auf den Termin und chill mal in der U-Bahn-Station fünf Minuten, weil es hier so kühl und ruhig ist? Im Alltag einfach mal stehen bleiben. Du hetzt zu einem Termin. Das Beste, was du machen kannst, ist stehen bleiben. Und nachdenken, wie wichtig ist es jetzt wirklich, sich zu hetzen. Chillen. Runterkommen. Reflektieren. Das ist einer der wichtigsten Worte im Umgang mit Stress. Hineinhören. Draufschauen. Sich Feedback holen von anderen. Wie empfindest du mich? Fühlst du, findest du, dass ich gestresst wirke? Oder so? Wie empfindest du mein Verhalten im Berufsalltag? Und so weiter. Das ist, glaube ich, der sinnvollste Weg. Das ist der wichtigste Weg. Dass wir auch wieder mal reinhören, zu uns selbst finden. Ist viel besser als jede App. So, aber back to the roots oder back zum Thema Waldbaden. Was sagen denn die Studien zum Thema Waldbaden und Stress? Die sagen, dass das funktioniert. Das heißt, die Leute, die man in den Wald schickt und die ein gewisses Stresslevel haben, die da mitmachen bei solchen Studien, die haben einen Rückgang im Cortisol. Die haben eine Verbesserung in der HRV. Extrem wichtig. Und die haben laut Fragebögen auch ein persönliches, besseres Empfinden. Das heißt, auf dieser Linie großartige Erfolge. Da gibt es eine Studie zum Beispiel mit 485 Teilnehmern. Da hat sich gezeigt, Entspannungseffekte waren da instant. Das geht super schnell, in einer Viertelstunde. Der Puls geht runter, der Blutdruck geht runter, die Hormone werden schöner. Das heißt, die ganzen Stresshormone werden schöner, zum Beispiel auch Cortisol. Und es ist eine Aktivität des Parasympathikus zum Essen. Und eine weitere Studie, die ich noch gefunden habe zu dem Thema ist, dass die Herzgesundheit, wenn ich die jetzt am Puls messen würde, sich deutlich verbessert hat. Warum ist das so? Der Wald, die wichtigste Funktion des Waldes, je er seitdem es den Menschen gibt und er sich im Wald und um den Wald aufhält, ist Schutz. Der Wald ist ganz tief in unserer DNA verankert als Umfeld oder Umwelt des Schutzes. Das heißt, wir haben im Wald Holz gefunden zum Häuser bauen und Feuer machen. Wir haben im Wald Nahrung gefunden, Bären, Pilze, Blätter, Grünzeug und so weiter. Wir haben Tiere gefunden, um Tiere zu jagen für Fleisch. Also der Wald hat uns geschützt vor Unwettern, vor Schnee und vor allem Möglichen. Der Wald war immer positiv verankert bei uns. Das ist ganz wichtig. Das steckt noch immer in unserer DNA drinnen. Das kriegen wir hier nicht so schnell raus. Also nicht unsere und nicht deine und nicht die nächsten Generationen. Weiters die Farben, das Blau, das Gelb, das Grün, das alles, was der Wald hat an Farbspektren, Farbspektren, Rot und so weiter, das sind alles sehr, hat die Farbe eine Wirkung. Aber Grün hat eine ganz besonders starke Wirkung auf uns. Das heißt, Stressreduktion. Deswegen wird Grün jetzt auch mittlerweile in der Architektur, in Krankenhäusern und Seniorenheimen eingesetzt. Bilder von Wäldern, Fenster mit einem Blick auf den Park und auf Bäume, Pflanzen im Raum. Das alles hat auch eine Wirkung. Man holt sich ein bisschen den Wald hinein, dass Leute schneller wieder heilen. Und dann natürlich ist zu sagen auch die ganze Biochemie des Waldes selbst. Das heißt, die sogenannten Terpene, die Kommunikationsstoffe, mit denen Bäume miteinander kommunizieren. Die haben auch in Studien gezeigt, dass sie eine positive Wirkung auf unseren Stresslevel haben. In einer hohen Konsumation. Da muss man immer aufpassen bei den Studien-Settings. Das heißt, es ist die Kombination des Waldes. Ganz wichtig. Es sind nicht nur die Terpene. Es sind nicht nur die Farben. Es sind auch die Töne beispielsweise. Vögel zwitschern. Das Rascheln von Laub. Der Wind, der durch den Wald pfeift. Wenn ich Tiere höre und so weiter. Das Gehen am Waldboden. Das ist ganz wichtig. Das sind hervorragende Töne, die uns, unsere Stimmung einfach ganz stark beeinflussen. Ich glaube, ich persönlich als riesen Wald-Fan kann nur eins sagen. Es gibt nichts, das mich so schnell entspannt und zufrieden und glücklich macht und zur Ruhe bringt wie der Wald. Das geht nicht mit Netflix und, keine Ahnung, sonstigen elektronischen Geräten. Es geht nicht mal mit zu Hause ein Buch lesen und so weiter. Das geht alles nicht. Der Wald holt mich richtig raus aus dem Alltag. Also ich finde es geil einfach. Wie geht Waldbaden jetzt eigentlich richtig? Also ganz ehrlich, da gibt es jetzt natürlich super viele Theorien, Praktiken, Bücher dazu, Methoden und sowas. Aber ich sage eins. Number one. Einfach machen. Jetzt aufstehen, Schuhe anziehen oder nicht und raus in den Wald. Bei mir ist es rauf in den Wald. Fünf Minuten bergauf ist der Wiener Wald bei mir. Und ich nutze den wirklich so oft wie möglich. Natürlich gibt es Studien, die zeigen, dass man mit Praktiken, mit verschiedenen Praktiken, das noch verstärken kann. Das ist beispielsweise, wenn ich Achtsamkeit und Waldbaden kombiniere. Das ist auch das Prinzip ein bisschen von dem japanischen Shinrin-Yoku. Dass man in den Wald geht und dort dann sich wirklich mit dem Wald auseinandersetzt und etwas tut. Zum Beispiel sich selbst die Aufgabe stellt, ich suche mir jetzt das schönste Blatt. Und dann schaue ich mir zehn Minuten lang dieses Blatt an und versuche herauszufinden, wie so ein Blatt aufgebaut ist, wo es eine wahre Schönheit steckt. Dasselbe mit einem Ast, mit einer Rinde, mit einem Bockerl oder was auch immer. Einen Baum umarmen, wie man das immer wieder sieht, rund ums Thema Waldbaden. Warum nicht? Das auf die Haut bringen, das spüren. Wir müssen den Stress ja wieder nach außen bringen. Der sitzt jetzt drinnen in der Zelle und macht dort wirklich richtig schlimme Sachen. Wir müssen das wieder rausbringen, auf die Haut und weg von uns. Deswegen mal bei einem Brennnesselstrauch vorbeigehen und den auf der Wade streifen lassen und das Brennen füllen und akzeptieren. Ach, das liebe ich. Oder eben einen ganz rauen Baum mit der Handfläche berühren. Die Hand in die Erde reinstopfen, mal im Waldboden und herumkramen. Was ist da so drinnen? Da stecken in so einer Handvoll Erde mehr Lebewesen, Mikroben drinnen, als auf der Erde Menschenleben. Das ist ganz krass, was der Wald wirklich alles zu bieten hat. Was halt wichtig wäre, ist, dass man das Telefon daheim lässt. Also du kannst das in diesem Fall dann nicht deinen Freunden über Instagram und Co. erzählen, dass du gerade im Wald warst. Du machst das ja aber auch für dich. Okay, das heißt, ich habe auch aufgehört, ich mache das so selten wie möglich, dass ich das Telefon mitnehme und dann Fotos schieße und sowas. Ich weiß, ich, damit trage ich zwar etwas dazu bei, dass auch ihr öfter rausgeht und das macht es. Aber am Ende des Tages muss ich natürlich auch ein bisschen auf meine Gesundheit schauen und dass ich das selber qualitativ mache. Und deswegen lasse ich das Handy zu Hause, das bringt dort gar nichts. Ich gehe dorthin, um zu spüren, um zu schauen und zu riechen und Dinge anzugreifen, um im Moment zu sein. Und das Handy bringt uns immer weg vom Moment. Das Smartphone bringt uns immer weg vom Moment. Dasselbe für mich, jetzt Kopfhörer aufsetzen und laufen gehen im Wald. Kannst du machen. Sport ist großartig, ist super gesund, ist wichtig für unser Herz-Kreislauf-System. Ihr kennt es ja in meinem Post. Zwei- bis dreimal die Woche Ausdauer senkt das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko um 27%. Krebs um 30%. Allgemeine Mortalität, also Sterblichkeit um 30%. Krasse Zahlen, großartig. Sport ist wichtig. Aber trotzdem braucht es wenigstens einmal die Woche einen Waldspaziergang mit einer gewissen Achtsamkeit. Da geht es dann wirklich um Stressminimierung. Weil Laufen im Wald ist ja auch Stress, oder? Mal darüber nachdenken. Und was ich immer bekomme, natürlich die Frage ist jetzt, Richard, ja, aber reicht ein Park auch? Ich wohne hier beim Türkenschanzpark. Der ist riesig. Supergeil. Sag ich, schön, wunderbar, mach das. Das ist großartig. Weil von meiner Warte aus, jeder Baum zählt. Und wenn es nur fünf Bäume vor dem Büro sind und du setzt dich dorthin und isst aus deinem Dappagschirrl dein Mittagessen, ist zehnmal besser als in der Kantine bei Kunstlicht. Und wirklich, jeder Baum zählt. Das bestätigen auch die ganzen Umweltwissenschaftler der Universitäten in Wien und weltweit, dass jeder Baum in einer urbanen Umgebung wichtig ist für die Gesundheit. Das ist kein Scherz. Nur zeigt sich natürlich, in Studien belegt, dass Waldbaden selbst natürlich viel besser funktioniert. Es geht ja um dieses Gesamtgefühl, dieses aktive Dorthin gehen und wirklich daran arbeiten, den Stress runterzubringen. Und die Benefits, die gibt es instant, Leute. 15 Minuten Wald und das sind schon Belege für die Stressreduktion auf biochemischer Ebene, HRV und so weiter. Alles wird besser. 15 Minuten im Wald. Und das hält auch lange an, dieser Zustand. Das ist nicht so, dass ich aus dem Wald rausgehe und dann wieder gestresst bin. Das nimmst du über Stunden, manchmal Tage mit. Je mehr, desto besser. Das stimmt schon. Das heißt, man sieht auch bei Studien, die Benefits, wohne ich beim Wald, wohne ich sogar im Wald oder gehe ich für 5, 6 Tage in den Wald, zum Beispiel in einen Waldurlaub zu machen, dass die Benefits natürlich viel stärker sind und viel länger anhalten. Absolut. Ja, also baumnah leben, nenne ich das. Und einen Zusatztipp habe ich jetzt noch für dich. Wenn du das mit Wasser kombinierst, dann ist der Effekt deutlich höher. Das heißt, dieser Blue Space nennt man das in der Wissenschaft. Der Blue Space ist ein Fluss, ein See, ein Bach. Und wenn du das kombinierst, ein Wasserfall im Wald, ein Bach im Wald, instant fährt das System Vollgas runter. Das ist meine praktische Erfahrung. Es gibt nichts, wo es mir besser geht, als in diesem Zusammenhang. Entspannung an einem Bach im Wald, vielleicht durchwarten, barfuß, mega. Da gibt es für mich einfach nichts Besseres. Natürlich hat die ganze Geschichte auch Grenzen, das möchte ich auch noch dazu sagen, weil ich immer von Studienbelegen und wissenschaftlichen Erkenntnissen spreche. Wenn jemand zu einer Studie eingeladen wird und in den Wald geschickt wird, dann weiß er, dass er im Wald ist. Das heißt, das muss ja wahrscheinlich jetzt gesund sein. Das heißt, er muss jetzt hier sich entspannen. Das heißt, es ist keine weiße kleine Tablette im Labor. Und die Person daneben kriegt sie auch. Und du weißt nicht, was dort drin ist. Und ich weiß nicht mal, ob ich einen Wirkstoff bekomme oder ob das nur Zucker ist. Wenn ich im Wald bin, weiß ich das. Das heißt, es gibt eine gewisse Voreingenommenheit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und man muss auch dazu sagen, zu solchen Studien melden sich natürlich auch Leute, die eher an sowas glauben und eher an gesundheitsorientierten Themen interessiert sind. Dasselbe wie bei Ernährungsstudien. Das heißt, auch hier dasselbe. Wenn ich hier nicht blind Wirkstoffe verkoste, dann weiß ich, was ich ja gegessen habe. Fasten ist das größte Problem. Ich weiß ja, dass ich nichts gegessen habe. Ja, ist klar, dass ich dann ein gewisses Mindset aufbaue im Verlauf dieser Studie. Ja, und das Letzte ist halt, leider hat keiner Interesse, das Thema Waldbauten zu kommerzialisieren, außer vielleicht irgendwo eine Therme oder sowas als Zusatzangebot. Es wird noch lange dauern, bis die österreichischen Krankenkassen nachziehen und dem Vorbild der Japaner, die das ja seit 60, 70 Jahren dort machen oder länger, erfolgen und das Thema Waldbaden in ihr Angebot mit aufnehmen, um Leuten, denen es mal nicht so gut geht, eine Kur im Wald zu ermöglichen, an einem Kurort im Wald mit einem geführten Waldbaden, mit Achtsamkeitsübungen und sowas. Das wird sicherlich noch kommen, aber wir wissen ja jetzt, insbesondere in Wien, dauert alles ein bisschen länger. Und wie Gustav Mahler gesagt hat, wenn die Welt brennt, dann gehe ich nach Wien. Da passiert alles 50 Jahre später. Und auch das. Und mal schauen, ob es passiert. Aber mein Fazit ist, trotz aller Überlegungen, ob es jetzt wirklich sinnvoll ist oder nicht, für mich Waldbaden wirkt, die Studienbelege sind sehr gut und am Ende des Tages musst du es einfach ausprobieren. Aber für mich ist es einfach die Number One in der Stressregulation, aktive Stressregulation. Also wenn man jetzt Schlaf ausnimmt. Aktive Stressregulation, Waldbaden, gibt es für mich nichts Besseres. Aber hier jetzt zum Abschluss noch, wenn du mehr zu der Thematik wissen willst, ich habe acht Blogbeiträge geschrieben, die kommen jetzt langsam raus, zwei sind schon online. Es folgen natürlich auch weitere Podcasts, insgesamt auch acht, mit verschiedenen Unterthemen zum Thema Waldbaden. Jetzt haben wir den Stress gehabt, wir gehen dann noch auf kognitive Themen ein und so weiter und so weiter. Und ganz wichtig, abonnier den Newsletter auf www.richardstaudner.at, denn dann erfährst du auch immer, wann ein neuer Blog draußen ist zum Thema Waldbaden, wann ein neuer Podcast draußen ist zum Thema Waldbaden und so weiter. Und last but not least, like diesen Kanal, besuch bioking.at und check dir diesen Rabatt Richard15, kriegst du 15% auf das gesamte Sortiment, klick dich da mal durch. Wie gesagt, vom Olivenöl bis zum Kokosöl bis zum Nuss-Sortiment und Frühstückscerealien findest du dort alles. 50% von meinen Lebensmitteln, die ich alltäglich esse, kommen von bioking.at. Ich muss nicht mal mehr in den Supermarkt gehen, um mir diese Sachen zu holen. Bestell ich mir einfach alles nach Hause. Leute, wünsche ich euch eine richtig gute Zeit im Wald. Wir hören uns bald wieder hier zum nächsten Thema rund um Waldbaden. Und bis dahin, lasst euch nicht stressen, steigt auf die Bremse. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.